die dhv news vom 14 juli 2023 lauterbach bekommt weniger geld für drogenprävention bundesverfassungsgerichtsbeschluss richtervorlagen nicht zulässig mit freundlicher unterstützung von awai medical drehhandel und c24 herzlich willkommen bei den dhv news wir sind gerade dabei uns fürchterlich durch die details des ersten offiziellen gesetzesentwurfs durch zu filzen ich habe letzte woche davon berichtet die meisten haben es gesehen das intro schon ein paar details über diesen gesetzentwurf da ist er auch verlinkt ich verlinke euch den auch diesmal noch mal wenn ihr jetzt doch mal weiter lesen wollt euch rein fuchsen wollt so wie wir auch wir sind ja dabei dann auch eine umfangreiche stellungnahme dazu abzuliefern oder zu produzieren gerade und wir werden euch auch noch mal mit jeder menge details belästigen aber nicht heute heute habe ich nur einen aspekt der irgendwie auch mit dieser ganzen legalisierung lauter was plänen zu tun hat nämlich der frage geld für drogenprävention speziell in dem fall natürlich cannabis prävention das war ja immer der plan wurde immer gesagt ja wir werden da eine fette präventionskampagne fahren im zusammenhang mit dieser mit diesen legalisierungs bemühungen um dann eben dafür noch mal zu sorgen dass möglichst wenig jugendliche konsumieren dass sie weniger konsumieren vernünftiger konsumieren wir immer dass weniger probleme mit drogenkonsum mit cannabis konsum insbesondere eben entstehen faktisch ist aber jetzt so im rahmen der haushaltsverhandlungen ist das budget dafür gekürzt worden bei lauter wach geht eh schon um recht kleine zahlen für 2023 sind dafür noch 13,2 millionen euro vorgesehen und es soll im folgejahr also nächstes jahr halt auf 9,2 millionen gekürzt werden vier millionen euro weniger für suchtpräventions bemühungen und das im jahr wo er halt wahrscheinlich eben auch nach lauter was planen jedenfalls das ganze in kraft treten wird ja ungefähr zum jahreswechsel 23 24 dann wird es möglich sein legal anzubauen legal zu besitzen cannabis anbau clubs aufzumachen und so weiter und gleichzeitig wird eben sein budget für cannabisprävention gekürzt ja ganz supere idee man grundsätzlich verstehe ich ja dass alle ministerien da sparen müssen und so weiter ist halt wenig geld da im moment aber jetzt ausgerechnet bei dem prestigeprojekt solltet eigentlich eher andersrum laufen wenn man schaut in die beiden staaten die schon cannabis legalisiert haben nämlich uruguay und kanada es ist jeweils mit einer riesigen öffentlichkeitskampagne in verbindung gebracht worden wo auch schon im vorfeld den leuten erklärt worden ist warum legalisiert werden soll ja was sie da machen und so weiter ja damit die leute da irgendwie mitgenommen werden davon ist halt weit und weit nichts zu sehen in deutschland ja dass man da irgendwie versucht die bevölkerung auch noch mal zu überzeugen von den plänen die man da hat außer wirres gequatsche in bestimmten talkshows und so weiter wo man kaum versteht worum es eigentlich geht ja was auch teilweise ein bisschen sinnlos ist was da erzählt wird von maßgeblich wichtigen politikern in dem projekt ja lauter wachen die da rum und ja kein geld für prävention jedenfalls fett gestrichen erstmal komische nachricht ja und von von pr für die ganze idee ist ja sowieso gar nicht die rede so ein budget gibt es überhaupt nicht doch jetzt aber zum großen thema der woche verfassungsgericht für mich persönlich vor allen dingen auch ein sehr großes thema weil das ganze halt eine riesig lange vorgeschichte für mich hat irgendwie als verfassungsgericht auch damit zu tun dass ich hier sitze überhaupt ja dass ich überhaupt nicht angefangen habe mich so intensiv mit cannabis politik zu befassen manche wissen dass ich habe ich 1996 selbst angezeigt wegen besitz von vier gramm marihuana und ich dachte das wird eingestellt das verfahren wurde es aber nicht ja und dann habe ich halt immer wieder gegen den kleinen strafbefehl ich da hatte 200 d mark geldstrafe auf bewährung ja muss ich nie zahlen aber trotzdem immer wieder widerspruch eingelegt bis ich dann beim verfassungsgericht gelandet bin und die haben dann sich damals abgelehnt damit zu befassen und dann gibt es einen richter müller der in seiner funktion als richter genau das auch getan hat 2002 glaube ich war es dass er schon mal eine richtervorlage gemacht hat dass ein richter selber zum verfassungsgericht geht und sagt hier ich kann die ganzen leute nicht mehr verurteilen ich halte hat für verfassungswidrig und prüft hat mal bitte auch da ist es nicht angenommen worden und nicht wirklich behandelt worden und ja dann ist all die jahre in meiner arbeit hier beim handverband immer wieder gesagt worden ja geh doch mal zum verfassungsgericht habe ich halt immer gesagt so einfach geht das nicht da müssen bestimmte komponenten zusammenkommen ja da brauchen wir auch nicht budget für da brauchen passenden fall für menschen der gerade angeklagt ist der auch lust hat langfristig dran zu bleiben ja durch alle juristischen instanzen jahrelang darum zu prozessieren der in der lage ist im zweifelsfall mit medien zu sprechen und noch ein guter anwalt dazu der weiß was er tut da lässt sich nicht mal eben so aus dem boden stampfen bis sich dann im prinzip das doch letztendlich eingeruckelt hat wir haben dann eure weihnachtsspenden von 2009 10 glaube ich war sogar schon 18 dafür verwendet eben eine richtervorlage zu erstellen ich denke es war 18 und im laufe des jahres 2019 ist dann diese richtervorlage entstanden und dann hat eben richter müller 2020 als erster noch mal wieder vorgelegt als richtervorlage amtsgericht bernau und es sind auch einige noch mal nachgezogen insgesamt waren es drei amtsgerichte paselwerk war noch dabei und münster war dabei insgesamt 17 vorlagen sind dann da zusammengekommen also sowohl für richter müller als auch für mich eine sache die noch mal an eine an sehr langen alten prozess angeknüpft hat ja noch mal eben das verfassungsgericht da dazu zu bringen irgendwie sich mit dem thema zu befassen ja und leider ist uns das nicht so ganz gelungen diese woche hat das verfassungsgericht den beschluss bekannt gegeben sich wiederum nicht mit diesen ganzen vorlagen zu befassen die drücken sich da im prinzip vor der entscheidung ich nehme an die haben keine gemeinsame linie hinbekommen das sieht man auch an der langen verfahrensdauer ja also drei jahre nachdem richter müller die erste vorlage gebracht hat am 20 vierten übrigens vor 20 day 2020 hat er eine vorlage eingebracht ja und jetzt eben drei jahre später sagen die es gibt formale mängel und deswegen befassen uns damit nicht allerdings recht lang ausgeführt welche formalen mängel sie da jetzt genau sehen das ja wie gesagt das hätten sie auch viel früher machen können wenn wirklich das der grund gewesen wäre die hatten das ja letztes jahr 2022 schon auf der vorhaben liste da wollten die eigentlich schon sich das vornehmen das thema cannabis und darüber entscheiden haben sie nicht geschafft da eben ich nehme an weil sie sich nicht einig waren wie sie damit umgehen sollen und jetzt haben sie halt gesagt okay dann entscheiden wir halt nicht ja und dieses risiko war uns auch von anfang an bewusst es war klar dass das passieren kann wenn die nicht wollen dann sagen die gibt irgendwelche mängel ja und so liest sich das auch hat sind letztendlich kann man so oder so sehen ja so ist halt immer auch höchstrichterliche entscheidungen sind letztendlich politisch wir haben ja auch gesehen wie politisch letztendlich die frage ist ob die legalisierung in deutschland mit eu-recht vereinbar ist auch da kann kein jurist sagen ja zack ja oder nein klare sache ja muss man nur die buchstabe des gesetzes gucken und denen folgen sondern ja letztendlich ist das eine interpretationsfrage und das kann man eben so oder so sehen je nach lust und laune sozusagen leider manchmal und hier war das eben auch so und sie haben das halt genutzt die chance sich da rauszudrücken sozusagen indem sagen ja okay unser glaube an die entscheidung von 1994 also das letzte mal das verfassungsgericht sich mit dem thema befasst hat ist nicht erschüttert ja es gibt eine entscheidung dazu von 94 da steht schon alles drin ja und wir haben keinen anlass gesehen jetzt daran noch mal zu rütteln ja das passt schon alles noch so wie das damals entschieden worden ist was natürlich sehr fragwürdig ist wir sind natürlich immer noch der meinung dass verfassungswidrig ist dass das verbot nicht geeignet ist nicht verhältnismäßig ist und so weiter also diverse verfassungsgrundsätze durch das verbot verletzt werden aber das ist eben immer eine rechtsgüter abwägung ja der die der schutz des entfaltungsrechts des einzelnen gegenüber dem schutz der bevölkerung und von jugendlichen denkmal an die kinder und so weiter was da jetzt irgendwie gegen die verfassung verstößt und was nicht die chance war besser als beim lotto spielen ja und wir mussten die ergreifen neben unserer politischen arbeit na das war halt auch eine möglichkeit zur legalisierung zu kommen na und es wäre fahrlässig gewesen die beiseite liegen zu lassen und die überhaupt nicht anzugehen wir haben es gemacht da mit maximalem einsatz eben auch mit rechtsanwälten die da lange daran gearbeitet haben eine gute vorlage zu schreiben richter müller der selber auch lange daran gearbeitet hat das noch mal auf seine fälle zuzuschneiden und das noch weiter zu verbessern noch weiter zu recherchieren und so weiter und so fort aber letztendlich wenn sie nicht wollen dann wollen sie halt nicht ist eben so in dem fall haben wir verloren wobei man auch dazu sagen muss es sind noch fünf richtervorlagen übrig die über die nicht entschieden worden ist das sind vermutlich welche die sehr spät reingekommen sind also im mai sind wohl noch weitere richtervorlagen dazu gekommen ich nehme an dass die von richter müller alle gekommen sind die noch nicht erledigt worden sind und die müssen ja zumindest irgendwie vor so einer entscheidung die dinge mal vernünftig lesen das sind ja recht dicke dokumente dann jeweils mit vielen seiten und das muss dann eben richter sich da mal eben alles reinziehen ja ein bundesrichter hat natürlich auch viel zu tun die haben etliche fälle auf dem tisch liegen die sind ganze zeit irgendwelche klagen lesen und so weiter und da haben sie wahrscheinlich einfach nicht geschafft die mit reinzunehmen ja ich nehme an auch für die restlichen vorlagen wird jetzt demnächst noch mal eine entscheidung kommen die genauso ausfällt wo die aussagen hier das erschüttert nicht unseren glauben an 94 ne wir wir bleiben weiter im letzten jahrtausend hängen was unsere cannabis gedanken angeht ne und insofern brauchen wir gar kein neues urteil wir wir lassen das thema die politik erledigen was natürlich auch viel spekulation gewesen ist immer ja jetzt wo die politik sowieso die regierung sowieso cannabis legalisieren will ja da konnten die sich zurücklehnen und sagen ja gut sollen die das halt machen ja dann haben wir damit nichts zu tun aber na ich ich irre mich natürlich auch gerne und wenn dann doch die nachricht kommt die letzten fünf vorlagen haben jetzt doch irgendwie zur sensation geführt verfassungsgericht sagt jetzt doch ja wir müssen mindestens viel mehr entkriminalisieren vielleicht sogar legalisieren wer weiß ja wunderbar aber ich glaube nicht dran ja dann hätten sie auch jetzt im prinzip wenn sie das gewollt hätten auch jetzt mit den ganzen vorlagen die sie jetzt abgelehnt haben schon arbeiten können ja die können auch selbst wenn sie ernsthafte menge gesehen hätten hätten sie sagen können ist uns egal ja da gucken wir mal drüber weg und urteilen da trotzdem drüber ne also die wollten einfach nicht also geht einfach jetzt unsere politische lobbyarbeit weiter wie die ganze zeit sowieso ja auch schon weiter ging und immer gegangen ist und natürlich ist auch die politik in der pflicht das thema abzuräumen na ist schade das verfassungsgericht seiner meiner meinung nach auch pflicht nicht nachgekommen ist dafür eine verfassungsgerechte lösung zu sorgen ähm aber jetzt muss halt die politik dafür sorgen und ähm so schlecht stehen die karten ja auch nicht dass wir da jetzt mal ordentlich vorwärts kommen dieses jahr auf jeden fall besser als in den meisten anderen ländern der welt ähm was dieses jahr die aktuelle situation angeht so dann haben wir schon fast alles erledigt für heute ähm wir haben noch ein bisschen ortsgruppenfunk und zwar bei unserer ortsgruppe münchen bei einer glasbläserfirma und hat dem glasblasenden glasbläser beim glasblasen zugeschaut jetzt habe ich doch einen kleinen versprecher gehabt äh habe ich mir eine eigene challenge nämlich gesetzt hier ich versuche doch mal die og münchen war zu besuch bei einer glasbläserfirma und hat dem glasblasenden glasbläser beim glasblasen zugeschaut jawoll können wir auch mal versuchen also es gibt auch interessante exkursionen äh im programm bei den dhv ortsgruppen lohnt sich immer da hinzugehen man kann auch zungenbrecher üben vielleicht wenn man will da vor ort ähm und da haben wir zuerst mal wieder die ortsgruppe münchen die berühmte ortsgruppe die beim glasbläser war äh trifft sich donnerstag am 13. Juli samstag 15. ist im Mannheim der Infotisch äh mal wieder der ortsgruppe rhein-neckar in steinheim regge im hanffeld samstag 15. Juli magdeburg trifft sich die ortsgruppe dienstag 18. Juli ortsgruppe berlin entspanntes treffen im park dienstag 18. Juli Mannheim offener hanftisch des hanfverbands rhein-neckar dienstag 18. Juli also der hanftisch ist ein treffen wo man sich unterhält und so locker während der Infotisch ein Infotisch ist in der fußgängerzone irgendwo ähm dann haben wir Halle Saale kundgebung zum gedenktag verstorbener drogen gebrauchender freitag 21. Juli also ja auch so eine art Infotisch und dann haben wir in dresden das treffen der ortsgruppe am samstag den 22. Juli das war's für heute abonniert diesen kanal drückt die glocke liked das video und so weiter und so fort und demnächst schmeißt wir euch wieder mit details zu in bezug auf das legalisierungsgesetz für heute war's das ich wünsche euch einen schönen tag und einen großen abend bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020